Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Aufnahme von unserem doch allseits beliebten Let's Play Minecraft. Ich heiße euch heute mal wieder herzlich willkommen und ich hoffe, dass ihr heute genauso viel Spaß haben werdet wie ich. Wie ihr seht, es hat sich einiges getan in unserem Inventar. Wir haben auf einmal Birkenholz und dazu die entsprechenden Blätter und die Setzlinge. Und wir haben Knochenmehle in unserer Tasche. Wo kommt das her? Die Erklärung ist ganz einfach. Wir haben eben ungefähr roundabout 10 Minuten Spielzeit verloren. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil Audacity meinte, hey, mach mal, aber ohne mich. Hat zwar ganz schön aufgenommen, aber egal. Gut, jetzt kann ich euch im Prinzip nochmal erzählen, was ich euch die letzten 10 Minuten erzählt habe. Und dazu bei dieser doch wunderschönen Musik einfach mal drauf losplappern. Yay! Und wir gehen erstmal ins Bett. Ne, also. Folgendes. Ich hab mir mal Gedanken gemacht bezüglich unseres kleinen Brückenproblems da. Wie wir das da nur am schlauesten machen mit, ja, mit dem Design und so. Und ich hab mir da mal was einfallen lassen und ich denke mal, dass es doch ganz schön aussehen wird. Denn, ich muss dazu sagen, ich hab es vorher schon mal gebaut gehabt. Und weiß daher schon, wie es aussehen wird. Wird. Und, ja. Lasst euch einfach überraschen, Jungs und Mädchen. So. Als erstes brauchen wir Treppen. Witzweise erstmal hier einen Holzblock und dann eine Treppe drauf. So. Denn wir werden das Dürf links und rechts mit Treppen versehen. Aus dem ganz einfachen Gründe. Dadurch ist sie nicht mehr ganz so schmal und zierlich. Und sie sieht dann letzten Endes, wenn wir die Brückenpfeiler unten drunter gebaut haben, doch etwas schöner aus. Ja. So schön wie diese Musik. So, und könntest du jetzt mal bitte die Dings hier vernünftig setzen, Mann? Ich wäre dir voll zu Dank verpflichtet. Wisst ihr, vorhin ging das voll super. Da konnte ich... Hä? Naja, egal. Da konnte ich sowas machen. Und sowas und sowas und sowas. Und soll ich euch sagen, was das für Nutzen hat? Gar keinen. Richtig. So. Und irgendwie wollen die Treppen diesmal so überhaupt nicht so wirklich, wie ich das will. So. Geht doch. Guck mal, gar nicht so schwer, ihr blöden Treppen. Das ist eine Schissdreckhese. So. Ups. Äh. Okay, gut. Machen wir es halt. Ich will doch hier einfach nur raus, Mann. So. Also irgendwie wollen mich die Treppen heute trollen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. So. Hallo, könntet ihr jetzt mal bitte so wollen, wie ich möchte? Das wäre voll super, wenn ihr das jetzt so langsam mal teten tut und tut und teat. Mann. Ah. Da hat man mal so ein fünffaches Blingo und was ist? Ja, nix ist. Respekt haben die Blöcke immer noch nicht vor allem. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie... Stop trolling me, please. Ja. Ja, schön. Jetzt habe ich keine Dings mehr. Nee, nee, nee. Immer noch. So. Ich brauche erstmal eine Werkbank hier draußen. Wir haben zwar wahrscheinlich drin in den Kisten noch so viele... Oh, guck mal, fortgeschrittenes... Genau, fortgeschrittenes Handwerk. Wollte ich sagen. So. Ich habe nebenbei, zum Bedauern ein oder zweier Leute, habe ich mal die Playlist etwas aussortiert. Weil es waren da doch einige Lieder, die immer wieder drankamen. Und ja... Vielleicht sollte man sie dann einfach nur einmal drin haben. Ich fand die wohl mal irgendwann so toll, dass ich dachte, hey, die müssten unbedingt, äh... Ja, zweimal in der Playlist drin sein. Ich frage mich echt... Was? Magst du, Kuh, mal bitte beiseite gehen? Danke. So. Ich frage mich echt, was ich mir dabei gedacht habe. Aber, hey. Jetzt ist aus der Playlist aus 150 Liedern mal eben eine Playlist aus 90 Liedern geworden. Hm. Tja. Könnt ihr mal sehen, was ich so alles tue, ne? Hm. Einfach mal so ein bisschen offscreen. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu komme. So. Dem, 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 dem. So. Und eventuell kommen demnächst auch noch ein, zwei neue Lieder zu. Ah, aber dann erzähl ich mir. Sagen wir es so. He, he, he. So. So, jetzt brauche ich hier mal die Holzstufen. Seht ihr? Jetzt seht ihr schön groß aus. Und wir haben hier so eine Art, naja, ich hätte es beinahe gesagt, Abgrenzung. Allerdings, das ist ja auch nicht wirklich, weil es ist ja nur so eine, ist ja nur ein halber Block hoch. Aber es sieht wenigstens so aus. Ups. Voll daneben gesetzt. Voll verwackelt und so. Okay. Dann muss das da jetzt erstmal weg. Und dann so und so. Jo. Wir warten das jetzt. Ähm. Wir machen das erstmal da hinten. Da weiß ich, glaube ich, zumindest noch so ungefähr, wie das aussah. Hoffe ich. So viel zum Thema. Hey. Hoffentlich kriegen wir das auch wieder so hin, wie es aussah. Äh. Gnav. So. Dann komm da. Jetzt. Warte mal. Ich brauche schon wieder. Ne. Ich brauche schon wieder Bretter. So. Dann da und da so hin. Und dann da und da so hin. Dann da und da. Und dann, warte ich, glaube ich. Jo. Ne. War es noch nicht. Weil da oben, äh. Dings so. Deswegen war das so und so. Ö. Oder war da noch einer vor? Hm. Jetzt komm ich da selber nicht so ganz drauf klar. Dem, 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 dem. Okay. Probieren wir das mal so. Wie sieht das so aus? Ja. Ja. So könnte man meinen, dass es richtig ist. Ja. Ja. So sieht es schon mal ungefähr so aus, wie ich es wollte. Und das geht jetzt nicht, weil das oben genau. Also kommt die da hin. So. Und theoretisch sieht das jetzt so aus, wie ich es haben wollte. Ja. Könnte man fast meinen, dass es so aussieht. Jo. Und das ist jetzt, äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Da kommt auf jeden Fall die Spitze hin. Weil ich befürchte, wir müssen ja genau so ein bisschen mit der Erde ein bisschen rum experimentieren. Aber, so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. War das jetzt richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das war richtig. Mensch. So. Dann kommt der da so ran. Jo. Ja, guck mal. Das sieht auch schon fast gut aus hier. Ähm, so. Ja. Dem. Wie kommt der da hin? Warum hat sich... Ich frag jetzt nicht... Nee, ich frag da gar nicht weiter nach. Nein, das ist Minecraft. Wir lassen es einfach mal so. Unkommentiert stehen. Jo. War das so? Mal eben rüber glinsen da. Es schließt auf jeden Fall... Ja, guck mal. Da war das... Eben nicht so. Ein Block weniger. Beziehungsweise eine Reihe weniger. So. So. Soll ja wenigstens noch etwas aussehen hier. Ja. Ja. So, jetzt müsste das theoretisch von... Beiden Seiten gleich sein. Ist es nicht? Wieso ist es das nicht? Ähm. Jetzt ist es von beiden Seiten gleich. Aber wollten wir das jetzt so haben? Was hast du denn da zu melden, ja? Hä? 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 Nee, aber ich... Ja, ich glaub das ist jetzt so richtig, ja? Oh. Ich seh grad, wir müssen mal so langsam mal wieder was essen. So. So. Noah. Ist das Tänchen alle? Ist doch schade. So. So, da brat uns doch einer ein Steak. So, ja, guck mal, so können wir das doch lassen, oder nicht? Findet ihr nicht auch? Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwann mal die Möglichkeit einfallen lassen, wie wir da mal ganz simpel Licht hinbringen hier drauf. Weil das ist nämlich jetzt so ein Ding, was ich nicht so wirklich bedacht hatte, dass wir da ja auch irgendwie so ein bisschen Licht drauf brauchen. Aber, hm, die brauchen wir auch noch Licht, also von daher. Obwohl, hier könnten wir eigentlich wieder Glowstone-Laternen hinsetzen. Hm, aber dann machen wir da diesmal eine andere Bauweise, würde ich sagen. Denn, machen wir hier einen hin. Da, und da, und da, und da. Da, da wir ja sowieso hier theoretisch noch einen Weg weitermachen wollten, irgendwann mal. Genau, so machen wir das. Ha, Mensch, sind wir gut. Innerhalb von kürzester Zeit einfach mal so, wow. Ach ja. Mensch. Wir sind einfach so gut. Hab ich eigentlich noch, ich glaub, ich hab oben noch Stöcker. Stäbel. Hm, ich glaub, ich stink mir, ich verfolge eine Fliege. Okay. Ähm, ja, okay. Packen wir erstmal das Birkenholz da rein. Wieso, ach so, ich wollt grad sagen, was machen die Schienen da? Aber das sind ja Leitern, ne? Jo. Dann bräuch ich davon mal eben so ein, zwei Hölzerchen. Dann, obwohl hab ich hier noch, ich hab doch hier noch Zäune drin, oder? Ja, guck mal, ich hab doch hier noch genügend Zäune drin, ne? Brauch ich doch gar nicht hier neu anfangen und so. Jo. Habe ich Erde dabei zum Bauen? Theoretisch nicht, nein. Und praktisch habe ich welche dabei. Und es wird schon wieder duster. Oh mein Gott. Ach, hier ist sie ja. Die beiden Stinkefliegen. Oh, ähm. Jungs. Nein, nein. Nein. Wo kommt die ganze Käferchen her? Und zwar die ganzen Fliegen. Döp, 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 döp. Kann ich jetzt vielleicht schlafen? Ist es mir doch schon ziemlich dunkel draußen. Ja. Höhlengeräusche erschrecken mich immer wieder. So. Döp, döp. Döp, 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 döp. Ja. Schauen wir mal. Aber irgendwie so das Lichtproblem hier, das... Oh, mir kommt da... Oh, mir kommt da... Oh, mir kommt... Oh, mir... Das... Oh, na, ja. Mir kommt da gerade... Eine Idee in den Kopf geschossen. Das glaubt ihr gar nicht, was das für eine Idee ist. Obwohl, eigentlich könnten wir die Brücke mal... Ja, ich weiß auch nicht. Hätte ich gerade so daran gedacht, dass wir vielleicht so... Einfach mal in den Kommentaren... Einfach mal so diskutieren... Wie wir die Beleuchtung der Brücke machen... Oh, Entschuldigung, die Bälle. Wie wir die Beleuchtung der Brücke machen wollen. Hm. Ihr könnt ja einfach mal was vorschlagen. Ich habe da zwar gerade eine Idee gehabt, aber ihr könnt da wirklich mal was vorschlagen. So, das war jetzt... Wie viel hoch? Eins, zwei, drei, vier. Ups. Nö. So. Das ist jetzt drei, vier... Äh. Zu hoch. Döp. Ja. Das müsste ja theoretisch reichen. Theoretisch. So, wie sieht das aus? Ist das von der Relation her richtig? Ja, man könnte fast meinen, dass es richtig ist. So. Achso, wie viel hoch war das jetzt? Vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Genau. So. Na. So, sind wir schon mal bei drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Nein. Ähm. Ja. Ja. Guck mal. Ha. Obwohl drei... Ne, drei ist definitiv zu klein. Wie, zwei, drei, vier. Na, da. Los. Hier.